Ich kapiere es nicht. Die zeigen doch in der Werbung für die Army immer, wie die Schwarzen dort lernen, mit Computern und sowas umzugehen. Also ich habe bei denen nur Gleichschritte und Töten gelernt. Versuch's doch mal bei Price Marten. Die stellen nicht ein. Ganz besonders keinen Schwarzen mit einer unerheilhaften Entlassung. So eine...